Das ist der Waldschratt. Well, sieht aus wie ich ihn wiederholen muss. Hat er letztes Mal auch schon drei Eben gehabt? Ja, ja, das hat er. Gut. Sehr, sehr schön. Wir haben auf jeden Fall Eichhörnchen und das andere Ding. Wird die beiden spielen, oder? Also durch starken Rauch und Eichhörnchen, Wolfsjungen und Larve. Ja. Larve. Wo setzen wir die Larve hin? Ja, die muss einfach lange leben. Die muss irgendwo an den Rand. Und da kommen wieder drei, drei Mischwesen wieder. Wäre gar nicht so schlecht vor dem Maulwurf, oder? Obwohl, der flirft sich sowieso überall vor. Er ist ganz egal. Dann kommt die einfach erstmal nach. Wir haben auf jeden Fall super viel Knochen. Und das Wolfsjunge bringt uns ein Item mit Effekt. Effekt und wir können... Das macht sogar relativ viel Schaden und es entwickelt sich ja auch noch. Es wird uns ein 4-4-Wolf nächste Runde. Alter Schwede. Ja, auch aus. Eichhörnchen. Ach ja, er wechselt ja noch seine Zustände. Ja, ja, wir können zwei Sachen ziehen. Eichhörn? Ach, wir können suchen. Wir können auch suchen. Wie geht das? Einige Knochen. Sehr viel. Ich würde sagen, wir ziehen einfach mal. Aha. Geier ist natürlich gut. Leitwolf ist super. Der Koyote ist Hammer. Koyote ist so gut. Aber wo wollen wir den hinstellen? Ja, jetzt gerade ist er nicht gut. Weil wir die Mitte verballert haben. Aber gut, ich weiß ja nicht, wenn er Gold macht gleich, dann eventuell wird der Koyote gut. Aber nächste Runde auch ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir haben sieben. Uro Boros, der würde dann auf unsere Hand zurückkommen in der Goldhassmacht. Nicht gut? Und noch ein Eichhörnchen. Und noch ein Eichhörnchen. Das heißt, wir spielen jetzt den Uro Boros mit Eichhörnchen. Eichhörnchen, Eichhörnchen, Uro Boros. Ja, ja. Uro Boros und dann haben wir ja endlos viele Knochen. Dann können wir uns wohl Knochen zuscheißen. Ja. Wart es? Äh, ja. Ups, ich habe es abgebrochen. Wart es? Wart es? Kann es noch reichen? Oder? Ja. Ja. Dann ist er tot. Ne, ach ne, oh Gott, der hat uns ja auch schon Schaden gemacht. Stimmt. Wow, wir haben viel Schaden bekommen. Ja, drei. Ich stehe in das Mischwesen. Mischwesen, Perversion. Aber das haben wir ausgegeben. Ja, locker. Was? Er räumt unser ganzes Feld weg? Wir hatten den Wolf. Ja, scheinbar. Oh, was? Ja, ja, das ist doch immer so gewesen, dass er das ganze Feld wegräumt. Ja, okay. Eichhörnchen. Oder, nee, wir können es eh nicht spielen. Wir haben super viel Knochen. Ja. Ja, ja. Die müssen erstmal weg, aber die werden auch weggekillt. Oder? Geier? Ja. Doppelschlag? Nein, der Geier killt den leider nicht. Ach, stimmt. Ach. Kacke. Leidwolf aber auch nicht. Der Leidwolf macht aber den anderen Wolf krasser. Warte mal. Wenn wir den Doppelschlagwolf trotzdem hier hinstellen, dann macht der vier und der andere auch nochmal drei. Ach, da. Vier, fünf, sechs, sieben. Das sollte doch reichen. Ja. Ja. Dann wird es auf jeden Fall schon mal den ersten geschafft. Noch ein Hörnchen? Ja. Vor allem mehr können wir ihnen springen, oder? Ja, ein Sicherheitshörnchen. Ja, ja. Warte, warte. Wir haben so viel Knochen. Ja. Zack, zack. Rattatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Nach ihrem langen, qualvollen Schlaf, sogen sie die Nachtluft stubsartig ein. Nein, nicht uns. Das ist doch jetzt dein, ja. Ja. Sehr gut. Genau das habe ich erwartet. Perfekt. Und Ignatius. Nein, nicht Ignatius. Oh, jetzt setzt er unsere mächtigen Waffen gegen uns ein. Das ist ja richtig fies. Daran erinnere ich mich. Warte mal, warte mal, warte mal. Was haben wir denn gerade? Er macht den Stumpf weg. Das Viech haut gleich unseren Koyoten eh weg. Das heißt, den Koyoten können wir opfern. Das Stumpf ist weg. Wir kriegen aber vier Schaden bei ihm direkt durch. Ah, wenn wir den Koyoten nicht opfern. Dann blockt der Koyote, ja. Ich finde es okay erstmal. Und dann kriegen wir Platz. Was würden wir machen, wenn wir es raussuchen trotzdem? Wir haben noch so viele von den Dingen. Ja, wir haben extra viele Knochen. Wir können den Flieger sonst holen. Oder was fettes. Wir haben immer noch auch... Hätten ich. Ja, der Flieger ist schon krass. Ah, der Flieger. Ja, wir bauen noch kein Eichhörnchen. Eigentlich können wir auch zwei Sachen daraus holen. Leitwolf. Ah, komm. Ja, damit. Und dann können wir eigentlich nur Go machen. Ja. Bap, bap. Oh, der Hoki. Hm, Fisch, hm, Fisch. Nix. Dum, dum. Wow. 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 Wir könnten den Uruboros auch nochmal spielen. Genau. Der ist halt kack. Ah, nee, der muss uns schaden machen. Okay, das wäre egal. Eichhörnchen? Wie viele Knochen haben wir? Ja. 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 Eins. Warte mal. Kassier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn und vielleicht noch hier unter was. Also 15 auf jeden Fall. Ja, wir opfern noch ein Hörnchen. Also wir haben genug. Was wäre gut. Eine Buschratte. Also wie gesagt, ich würde halt eher sagen... Kakerlark. Nee, Kakerlark ist nur zu. Wir müssen jetzt durch, Mann. Wir müssen drüberfliegen, drunter durchtauchen, was weiß ich. Ja. Fluchhund sein. Da haben wir leider aber nichts mehr hier. Nee, aber wir haben Flieger auf Hand. Ja. Also vielleicht so ein Buschratte. Buschratte. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ja, ein definitiven Hörnchen. Also ich hätte jetzt eigentlich zwei Hörnchen genommen. Ja, wir haben ja noch eins. Ja, okay. Also auf jeden Fall würde ich jetzt den Ouroboros jemandem davon entgegenstellen. Wahrscheinlich dem Ignatius. Weil Ignatius natürlich richtig heftig wäre. Achso, er holt sich das auch. Aber egal, sobald wir ihn besiegt hätten, wechselt er eh die Maske wieder. Ja. Wäre klar, wir können auch natürlich überlegen, so irgendwas hinzustellen, was er sich holt, was nicht so wichtig ist. Wie eine Buschratte. Nein. Aber wir müssen halt auch schon irgendwas machen. Also wir sollten als letztes etwas spielen, was nicht so wichtig ist. Und das holt er sich dann. Also vielleicht jetzt den Ouroboros, dann Truthahngeier. Und dann den Leitwolf als letztes. Der ist zwar auch krass, aber den stellen wir vielleicht ganz nach links. Ja, der ist dann nicht so wichtig. Das stimmt schon. So. Ouroboros vor Ignatius. Ja. Ja, frischer Fisch. Truthahngeier. Da sind auch nur drei. Scheiße. Ach stimmt, die Mantis hat ja auch Trippelschlag. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Ja, vor die Mantis. Genau. Und jetzt den Leitwolf. Vor den Us. Oder? Oder vor den. Geht auch. Na gut, dann verstärkt halt den Ouroboros nicht, aber der stimmt sowieso. Ja, es stimmt. Oder der wird sowieso rübergezogen. Ich weiß es nicht. Ja. Nee, mach den doch lieber hier, ne? Ja. Gut. Ja. Okay. Wapp. Ja, hol dir den Leitwolf. Ist egal. Uff. 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 So, jetzt machen wir aber sowieso 6. 9 Schaden. Ja. Dann holen wir uns doch hier ein schönes Item mit der Buschrate. Ja. Das ist doch was. Passt du die nur ein? Ne, die kostet 2. Ja. Ist aber schon etwas. Und dann links vor den Leitwolf, damit er weg ist. Aber der Herr Power. No Possum. Also okay, eingefroren ist aber Possum schon auch gut. Was, 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 was. Oh, nix. Zweite Kerze. Weg mit dir. Jetzt kommt der Mond. Haben wir uns überlegt. Da haben wir uns gemerkt, welche Uhrzeit wir eingeben müssen. 11. 11. War es 11? 12. Gut. Aua. Ich wurde geblitzt, Dings. Oh ja, es hat funktioniert. Ja. Super. Immer noch so geil. Noch ein Mond. Und. Er hat ein Foto aber auch wieder gemacht, ne? Ja, ja. Er macht immer ein Foto von einem. Ja, ist dasselbe wie beim letzten Mal. Total unnütz. Macht nix. Bringt nix. Da steht aber auch keine Uhrzeit. Nein. Wir haben eine Uhrzeit. Das ist die 11. Das ist die letzte, die wir brauchen. Ja. Aber jetzt holen wir uns noch was Fettes. Ja. Haben wir noch irgendwas Fettes für Knochen? Ne, nix Fettes für Knochen. Eißig. Ne Köpferlade. Ach, was? Ah, sie wieder. Ah, ja, sie wieder. Ja. Natürlich unsere Stinkwanzel. Haha. Haha, Idiot. Ja, der Rest ist egal. Gut, noch irgendwas. Irgendwas, was mit Elch vielleicht, oder? Kackelage. Keine Ahnung. Ist egal. Klingwanzel. Ah. Hau auf den Knibbeln. Meisterhaft. Ja, dumm. Bam, bam, bam. Oh. Mein Mond zu schwächen. Mit einem üblen Geruch. Absurd. Nö, eigentlich schon sehr clever. Eichwörnchen, komm. Aber zwar Eichwörnchen. Oh, es gibt eine limitierte Anzahl an Eichwörnchen. Scheiße, das ist doch kein endlos Eichwörnchen weg, Max. Ja. Ja, hau raus. Einmal noch. Gott, gib mir irgendwas. Oh, dieses Aussuchen. Ja. Mach, hau raus. Schneiden wir uns noch einen Finger ab? Nein. Okay. Bauen wir unseren Ring. Du bist nicht der Erste, der über den Mond triumphiert. Ne, das hatten wir schon. Aber nur zu. Bring es zu Ende. Was? Das war alles? Wir kriegen noch eine Million Überhangschaden. Ein Elch. Da kommt jetzt noch der Elch rein. Oder? Ja, du musst drei Opfern, ne? Dann kriegen wir auch nur... Ja, das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Warte mal. Ja? Ich glaube, der Hund, oder nicht? Ne, warte mal. Ne, der braucht zwei. Scheiße. Ja, der hat... Da gewinnen wir nichts. Na gut, ist egal. Wir gewinnen nichts. Doch, wir gewinnen jetzt. Bababab. Wir kriegen sowieso nichts. Ne, wofür denn? Skrapp. Kann uns mit ins Skrapp streuen. So, wir haben es. Den ganzen Scheißdurchlauf nochmal machen müssen, weil wir es nicht geschissen gekriegt haben, uns diese Elf aus dem letzten Run zu merken. Du hattest dir den Respekt des Bewohners der seltsamen Hütte verdient. Dein Körper zitterte, als die Aufregung des Kampfes nachließ und einem nagenden Hunger Platz machte. Du hattest seit Tagen nichts gegessen. Ah, ist es nicht so? Woo! Again, yes. Yeah, the cake is a lie. Dieses Essen wird dir sicherlich gefallen. Ich habe es besonders sorgfältig zubereitet. Können wir hier raus? Können wir vom Tisch nochmal weg? Scheiße. Wirklich? Es erfüllt nicht deine Ansprüche? Nun gut. Hast du rangescrollt? Ne. Scheiße. Stell dich dorthin. Fuck. Scheiße. Ja, fuck. Wir können die Kamera nehmen. Fertig ist. Nimm die Kamera. Ja, wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben es verkackt. Wahrscheinlich ist in der Uhr der Film drin. Ja, bringt nichts, Marco. Oh nein, Engelchen. Was hast du reingemacht? Eingelegte Filmrolle. Ja. Scheiße. Du hast meisterlich gekämpft und ich möchte dich verwiegen. Verwiegen. Ja. Oh, Leck-go-mi-o. Kann ich eine Lücke dazwischen machen? Leck-go-mi-o. Ja. Scheiße. Haltest du still. Du hast gewonnen. Nein, du hast nicht gewonnen. Verloren. Aber wir hätten es jetzt schon durchhaben können. Oh Mann. Wir müssen, glaube ich, jetzt noch einen komplett übern... Nee, was? Willst du nicht doch lieber den Dolch benutzen und ihren Finger abschneiden? Wow. Ein weiterer Herausforderer nähert sich. Scheiße. Gegen alle Erwartungen hat die Person vor dir mich besiegt. Es ist unwahrscheinlich, dass so etwas nochmal passiert. Nee, das wird doch super oft passieren, weil wir das Spiel jetzt können. Hier, dein Deck. Ja, super kacke. Wirst du gut an? Nein. Raus. 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 Wir müssen raus. Raus. Ich will die Uhr. 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 Der ist auf elf. Ja. Unten auf die Tür? Und im falschen Zeiger? Waren drei Zeiger? Ja. Ich glaube, das war nämlich echt das andere. Vielleicht müssen wir das Messer benutzen. Vielleicht war es ein ganz... ein ganz dezenter Hinweis. Ja, ja, ja. Es leckt mich. Hier, wir müssen Leichen, Maden und Eichhörnchen in die Mitte kriegen. Dann können wir noch eine Pflanze pflanzen. Ja, scheiße. Wir gehen bis zum ersten Kampf und dann hauen wir uns das Messer in den Arsch. Oder? Ja. Gehen wir irgendeinen Weg? Einen sinnigen Weg? Ja, rechts. Werte Kreaturen. Wir gehen jetzt auf Hunde. Ja, geh rechts. Wir haben noch nichts, was wir verschnubbeln können. Das macht keinen Sinn. Oh. Was ist das? Was ist das? Was macht das? Was? Was hast du getan? Nein! Habe ich es jetzt verbraucht? Du hast es verbraucht. Toll. Du hast es verbraucht. Für nix. Für was? Für nix. Ja, toll. Ich wusste nicht, dass es direkt weg ist. Doof. Was soll das denn? Du kannst doch nicht einfach Sachen anklicken. Das ist ja unverschämt. Ja. Nehmen wir was Fettes. Ja, Fett. Oh, oh, weiße, oh. Der Tyrannische Weiße. Hi. Der Gebieter der Diebe. Wir haben noch nie einen Hai. Nee, der ist cool. Heilig. Aber der hat keine Zugehörigkeit, oder? Zu einer... Wein? Ja. Nö, eigentlich nicht. Nehmen wir ihn Tribal? Wir haben Hagen. Oder Verstärkung. Ei. Verstärkung. Nee, Tribal. Fünf Schaden Instant. Nee, Tribal. Okay. Der kostet auch viel zu viel. Nichts mit Fünf Schaden Instant, also. Nicht, wenn wir ihn nicht spielen können. Auf jeden Fall haben wir noch das Holz-Eichhündchen. Achso, weil wir es frei geschehen. Halsschnitzerin, bla bla. Ja, wie so zu wohl. Elan, ja. Elan. Uh, links. Ja, was war das nochmal? Kann man opfern und kommt wieder auf die Hand. Das ist ein Tod zur Folge. Was? Das Eichhörnchen, die nicht sterben? Was? Das wäre vollkommen absurd. Maaas? Ja gut, jetzt kannst du ein Mana-Kreatur die ganze Zeit spielen. Nein, du hast zwei Eichhörnchen. Okay, das ist heftig. Hau rein. Mach weiter. Okay. 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 Das ist cool. Ist halt die Frage, ob wir jetzt schon am Anfang den Finger abschneiden sollten, um zu gewinnen. Weil, ich weiß halt nicht, wann was relativ Wichtiges damit passiert. Ey, weiß ich nicht. Hau raus. Ich schneide mir jetzt den Finger ab. Ja, schneide mir. Haben wir keinen Ring mehr? Ja, mach. Äh, äh. Nicht ins Gesicht. Was? Ein Auge? Auge? Okay. Haben wir jetzt die ganze Zeit so einen Blick? Haben wir jetzt so eine beschissene Sicht? Oh, warum denn ein Auge? Ja, gewinnen wir jetzt trotzdem. Ja, okay. Jetzt haben wir Einsicht. Ah, legt das Eichhörnchen in den Frosch. Oder Eichhörnchen in Hermelin. Eichhörnchen in den Frosch. So. Okay, wir können alles spielen. Wir können alles. Das komplette Deck können wir jetzt spielen. Was? Ach, es stirbt ja nicht. Ach, was? Okay, dann müssen wir uns aber immer überlegen, wo wir es hinsetzen. Ach so. Das ist ja schon gut. Ach so. Es stirbt gar nicht mehr. Wir haben gewonnen. Ob du es glaubst oder nicht. Du bist nicht der Erste, der hier ein Auge verliert. Das macht keinen großen Spaß, wenn du halbblind bist. Vielleicht würdest du es gerne ersetzen. Okay. Mit Millennium-Puzzle? Ja, das Millennium-Puzzle. Krakenauge. Ja, das da links. Das da. Oder? Das sieht aus, als würde das irgendwas auslösen. Meinst du, das ist das gute Auge? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Woran machst du das fest? Es ist das Millennium-Auge. Okay. Nimm es! Ja, das ist ja gut. Ah, Krakenauge wäre auch cool. Komisches Krakenauge. Wenn du das jetzt nicht nehmen würdest, ich hau dich. Guck mal, Bicula und so weiter. Was haben wir jetzt hier? Vision des Ahnen. Wow. Rettung. Kuckucks. Bringt Uhr. Was? Rettung des Bringt Kuckucks Uhr. Was? Birgt. Birgt. Ich kann nur nicht lesen. Also immer noch, wir müssen die Uhrzeit dafür finden. Wahrscheinlich steht sie jetzt irgendwo. Wie dem auch sei. Die Wahl ist endgültig. Warte. Raus. Wir stehen erstmal auf und gucken uns um. Aha. Aber haben wir uns nicht vorher schon... Ja, wir haben immer gedacht, wir schneiden uns den Finger an. Ja. Was soll man, ey? Wir haben immer gedacht, wir schneiden uns den Finger an. Nee, 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 das ist schon der falsche. Der muss da hin, auf die vier. Genau. Achso, der muss den ersten. Ja. Was ist da drin? Oh. Nimm die Filmrolle, bevor er es sieht, los. Was machst du da? Dreh dich zu mir. Der einäugige Wolf. Nimm die Filmrolle, verdammt. Wir haben die Filmrolle. Was hast du da vor? Gut. Jetzt müssen wir nur noch einmal durch. Was gibt's hier noch? Nix. Schmiere rein. Ja, da hat jemand ran gesplasht. Nix. Oh, gut. Was steht da? Was steht da? Was steht da? Verschlossen halten. Okay. Okay. Jetzt will ich's öffnen. Ich auch. Jetzt ist rein. Szene. Szene, Szene, Szene. Oh, sind da viele. Gib mir alle. Wir müssen jetzt wirklich den ganzen Scheiß, glaube ich, nochmal machen. Aber ich glaube, wir haben jetzt echt einen krassen Start. Meinst du, wir haben den Blick, ne? Das unendliche Eichhörnchen haben wir. Oh, stimmt. Das unendliche Eichhörnchen. Aber nur für Einsackkarten. Ah, wir können das jetzt mal machen. Ah, okay, das ist cool. Dreh ich erstmal um? Ja. Äh, Elstar, ja, wissen wir aus. Ja, wir gehen nicht. Ignatius? Das ist stark. Dann müssen wir das einsetzen. Wir wollen Ignatius. Wir wollen Ignatius. Ja, natürlich. Das ist keine Frage. Das ist ein Ein-Manner-Ignatius. Ein-Manner-Doppelschlag. Alter. Den können wir im Eichhörnchen immer spielen. Oh, verstärken. Was? Das Lagerfeuer. Bla, 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 bla. Ja, bla, bla. Ey, wir sind, wir können richtig durchrennen jetzt. Bada, bla, bla. Sorry, wir werden es jetzt nicht mehr lesen. Wir wollen... Nee. Was? Was geht mit ihm? Der wird ja immer crazier. Sie hat sich nicht verändert. Oder sie ist wieder runter geworden. Ey, Ignatius. Junge. Ach, okay. Ignatius, gleich. Ich werde können Ignatius ballern. Oh, wenn nötig. Nein, nicht nötig. Ignatius. Der ein Schnurr war es. Der Wolf. Alter. Dir kam eine Idee. Bla, bla, weiter. Oh, raus. Komm. Was? Was? Oh, scheiße. What? Wir können nochmal. Vollerst du dein Glück heraus oder ziehst du dich zurück? Ich glaube, wir ziehen uns zurück, oder? Vier Doppel ist krass genug. Nicht, dass der nachher weg ist. Ja, es reicht. Nimm die Karte. Die Überlebenden hatten recht. Bla, bla. Sie steigerten die Kraft und so weiter. Sie sabberten und du zogst dich zurück. Ja, nee. Man muss es ja nicht überreizen. Nee, das will ich auch nicht riskieren. Ähm. Gut. Ja, gut. Hier könnten wir beim nächsten Mal wieder den einsetzen. Ja. Aber hier ist auch noch ein Rucksack. Den haben wir voll. Nee, den haben wir gerade eh voll. Ja. Ja, rechts. Ja. Fallensteller? Möglich. Fälle. Möglich. Dieses Mal. Erstmal kämpfen wir jetzt hier. Ich sollte dir danken. Wie war es? Es war ziemlich übel. Ich bin eingesperrt im Körper eines Hamlins. Äh, Papier einer Karte. Das sehe ich. Und ich habe natürlich etwas vorbereitet zur erneuten Rücksetzung. What? Brich weiter. Unser Freund, der Spieler hier, besitzt bereits den Schlüssel. Aha. Heichhörnchen Ignatius gewonnen. Das ist wirklich so. Das ist ja einfach nur geil. Das ist, das ist, das ist, das ist beste, beste Hand. Wenn wir jetzt uns noch die Karten raussuchen könnten, dann immer Ignatius raussuchen. Ja. Ach ja, komm, hau die anderen beiden auch noch raufs. Ja. Klar. Alter. Das ist ja so. Wir machen einen Mana-Decken. Overpower. Los geht's. Diese Stelle. Bist du sicher? Ja, natürlich. So was von. Alter Schwede, man wird ja nur weggenatzt. Ja, rechts. Wallensteller. Mal gucken, was er hat. Ja, dann gucken wir mal. Ja, wir gucken erst mal. Wir gucken jetzt mal. Wir brauchen gar nicht viele Karten eigentlich. Nee. Wir brauchen echt nur einen Mana-Karten. Ja. Ja. Ich werde offen zu dir sein. Das Wallensteller-Geschäft läuft schleppend. Nach meiner jüngersten Niederlage im Kampf. Naja. Ich denke darüber nach, meinen Lagerbestand zu räumen. Was anderes zu versuchen. Fälle sind jetzt billiger. Ah. Oh, ein dickes goldes Fell. Das erste gibt's gratis. Wir nehmen alle. Das erste gibt's gratis. Ja, nimm das dritte. Das fette. Gibt's gratis. Oh, au. Ja? Ja. 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 Und das auch noch. Ja. Ja, hallo. Hallo? Was wollen wir mehr? Gib mir noch eins. Dafür wirst du mehr Zähne brauchen. Ich schlack dir nicht auf. Ich bin dir sehr verbunden. Moment, die sind jetzt in Deck. Dann war das vielleicht doch nicht so gut. Ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Geil, ist, geil, ist, geil. Skull. Das Ding ist, irgendwann werden wir's brauchen. Wir können den weißen Hai opfern. Nee, ist blöd. Ja, das ist tatsächlich die Opferung. Die Opferung. Stinkung. Irgendwas, was abtaucht. Soll Ignatius abtauchen? Dann wird er wenigstens... Kann er überhaupt, ist die Frage. Was können wir denn hier buffen? Alles. Na gut, wir können Fälle buffen? Oh. Wie bitte? Ein Abtauchfell. Was? Ich stehe zu Diensten. Abtauchfell. Na 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 na. Abtauchfell. Na 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 na. Na na na. Wer wird gebufft mit Abtauchung? Wir brauchen auf jeden Fall... Eigentlich brauchen wir den weißen Hai nicht. Der hat drei. Wir wollen einer Deck machen. Aber mich würde interessieren, weil das Eichhörnchen stirbt nicht sofort, ob man es einfach dreimal auswählen kann. Deswegen würde ich den jetzt noch nicht weghauen. Okay, okay, okay. 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 Es ist eigentlich egal. Könnte Stinkmann zu opfern. Nimm Ignatius. Komm, mach Ignatius fett. Ich weiß nicht, die Fälle bringen nix, oder? Könntest du was bringen? Fett? Nee, die haben ja keinen Angriff. Ist egal. Nee. Mach Ignatius fett. Ignatius kriegt jetzt... Stinket. Äh... Oder Luftabwehr. Wir haben noch nie einen von den wichtigen Karten geopfert. Wollen wir es einfach mal machen? Weiß es nicht. Sie ist nachher beim Mond vielleicht ganz gut wieder. Ja, eigentlich schon. Aber wir haben ja Ignatius ja auch der von mir. Ich hau einfach den Frosch rein. Ja, hau den Frosch rein. Eigentlich will ich sie nicht opfern. Ja, weil sie Charakter hat. Genau. Aber der Frosch hat auch einen Charakter. Du hast dich nur damit nicht mit ihm unterhalten. Fuck. Nur weil du nicht mit dem Frosch redest, heißt es nicht, dass er weniger wert ist. Ach ja. So. So ist das. Du hast die Filmrolle genommen. Ja. Stimmt das? Mein Plan nähert sich seinem Augenblick der Wahrheit. Doch zuerst musst du ihn besiegen. Ja, wir müssen aber komplett durch. Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Verdammt. War klar. Es war klar. Na gut. Ja, es war klar. Wollen wir so sagen können. Dann kommt hier mal ein Hai vorbei. Äh, Wolf. Bist du dir sicher? Ist das die Frage? Wenn das Feld zerstört wird, ist es dann auch weg? Ich denke ja. Ich glaube ja. Na gut. Das heißt, es ist eigentlich nur Platz weg. Ja. So. Wollen wir es weghauen? Ja. Wolfsfeld weg. Ja, die kleinen auf jeden Fall. Der kann blocken. Wie, wie, wie. Bartz. Ah, stimmt. Unser Hörnchen ist jetzt tot. Ja, das war dumm. Die haben noch ein Hörnchen in der Flasche sonst. Ein Hörnchen in der Flasche. Ich ziehe mal hier ein. Ah, natürlich jetzt ein Wolf, der zwei kostet. Tja, ist dumm. Ja. Die machen zwei, die machen drei. Ja. Ja. Au. Hörnchen. Und Hörnchen aus der Flasche. Oder? Oder opfern wir einfach den da? Ne, wir können auch Hörnchen aus der Flasche und dann den weißen Hai da hinpacken. Und dann können wir auch noch den spielen. Ja. Ja. Tut mir leid, Wolf. Du wirst geopfert, aber das macht ja nix. Bist ja nur temporär tot. Zack. Bam, bam, bam. Oh Gott. Ja, der kommt nach da. Oh. Und der Wolf, ja gut, der hat ja nur eine Stelle. Ja, ist schon geil. Komm. Nimm natürlich Platz weg, aber ist okay. Wir haben gewonnen. Gut. Super. Karten. Gib uns die Karte. Mal gucken, was wir da so haben. Gabel, Bock, Rabel, Mantis. Ah. Mantis. Mantis ist natürlich immer geil. Ein Manner, ein Manner. Wir brauchen ein Manner. Ja. Ein Manner ist super. Das ist schon stark. Ja. Und jetzt noch irgendwas Schönes. Ach so, nee, es ist ja... Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist. Das ist jetzt schon heftig. Das ist echt gut. Kommt drauf an, was kommt. Wer weiß. Insekt. Boah. Ja. Boah. Also den Links brauchen wir auf jeden Fall nicht. Vielleicht Insekten. Haben wir da? Haben wir so viele Insekten? Eigentlich nicht. Wir haben den Hund. Ist egal. Ja, ist egal. Wir bleiben bei unserem richtig geilen Unlimited Eichhörnchen. Heilschnitzerin. Ja, ja, ja. Blablabla. So. Jetzt hauen wir nochmal hier den Grubengräber auf die Nase. Genau. Wer anderen in die Gruppe gräbt, der hat ein Grubengrabgerät. Ja, ja. Die Bäume standen immer dichter. Der einzige Weg hinaus führte weiter voran. Doch dort im Gebäude Gestalt eines Mannes im Weg. Ich bin der Goldgräber, blablabla, in deinem Schiedel. Lass ihn mich aufbrechen, du darfst ihn. Ja, ja. Entschuldigung, die Stimme ist jetzt anders. Ich bin jetzt ein bisschen... Jetzt wir da. Leichter Boss. Mach einfach das Maultier alle. Ach so, ja stimmt. Maultier. Die hatten wir dann ja auch für immer. Wir hatten nicht. Ja. Ja. Die Frage, ob das so gut ist. Ist die Frage, ob wir es wollen. Ne, wir wollen wir nicht. Weil wir wollen einen schnellen Ignatius. Wir wollen einen schnellen Ignatius, ja. Das ist unser Speed-Ignatius-Deck. Ja. Das Problem ist nur, der haut ihn dann weg. Ja. Aber ist das schlimm? Nö. Nö, dann ist es halt so. Machen wir wahrscheinlich einfach so. Eichhörnchen, Ignatius gewonnen. Genau. Eichhörnchen an der Seite. Scheiße. So. Na, wir hätten auch den starken Staub nehmen können, Ignatius, und dann gewinnen. Weil dann haben wir das Eichhörnchen für die nächste Runde als Dauereichhörnchen. Jetzt ist es auch weg. Ja, na gut, okay. Badum. 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 Badum ist aber egal. Ja. Ignatius. Ignatius. Das ist ja jetzt so krass. Einfach gleich gewonnen. Lass deine Finger von unseren Karten. In diesen Karten ist Gold. Ach, du Sack. Gold. 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 Ja, das kannst du Gold machen. Ich bin auf Gold gestoßen. Äh, Eichhörnchen. Tja. Oder? Nee. Wir haben noch den starken Rauch. Wir brauchen eher was, was wir noch spielen können. Ne Mantis. Ja, ist okay. Die macht drei Schaden. Drei? Ja. Ach nee, doch nicht. Zwei. Nee, ich war gerade irgendwie noch bei der anderen. Triple Mantis. Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, so nicht. Ja, starker Rauch. Tja. Ist ja die Frage, der schmeißt sich da vor. Ja, schmeiß ich, aber noch nicht jetzt. Der ist ja noch nicht da. Wann schmeißt er sich immer davor? Sobald man angreift. Platziert wird. Okay. Nee, dann ist gut. Dann machen wir das. Starker Rauch. Mantis. Weil dann platzieren wir jetzt nichts. Stimmt, ja, ja. Der greift ja nur an. Stimmt. Erstmal. Ja, das stimmt. Ermelan. Erstmal gucken, was wir kriegen. Ja, perfekt. Du hast also den verkrüppelten Wolf gefunden. Genau. Ich habe oft genug, wie sich das abspielt, mit der Lipp, wie sich das abspielt, um zu wissen, dass... Weil ich... Ich habe irgendwie ein wichtiges Wort nicht lesen können. In die Wege geleitet wird, stand da. Ja, da muss das hin. Dann wird der sogar verschnubbelt. Der wird dann weniger. Der wird verschnüpfelt. Der wird verschnüpfelt. Eins, zwei. Ja, das schafft es. Das passt. Bam. 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 Yes. Yes. Ja, die Schlange da hinten ist scheißegal. Gib mir noch ein Quell. Okay. Macht nix. Das macht überhaupt nix. Haben wir gewonnen. Da haben wir gewonnen. Wie gewonnen. So zerronnen. Und der Goldgräber. Sieht jetzt verschwommen. Denn wir haben ihm genommen seine Locken. Lieber. Ach so. Wie ein Goldgräber. Naja, egal. Ähm, kann ich diese hier locken? Was für Locken? Komm, gib her. Gib her den Sch... Oh, warte. Oh, Mischwiesen. Mischwiesen. Hundeartig. auf dem Feld. Ich finde das Mischwesen cool. Ja, nehmen wir das Mischwesen. Geil. Mischwesen Perversion. Ja, perish. Du klopfst dir auf die Hose und es geht weiter. Oh ja, ich weiß. Handgesandtes Wasser. Fliegen, umschwärmen dich. Du hattest das Sumpfgebiet erreicht. Super. Juni, dann machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Ja, das brauchen wir auch. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir demnächst wieder direkt beim Gegner in der Hütte stehen und ihn einfach platt machen, den Mond platt machen und dann werden wir ihn schön abfotografieren mit Film. Abfotografieren finde ich geil. Ich fotografiere dich voll ab. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Auf Wiedersehen.